was geht ab freunde willkommen zu einem weiteren unboxing heute haben wir den airjordan 4 cool grey für euch hier es ist ja nach 15 jahren das erste mal wo der cool grey airjordan 4 so in seiner og form wieder da ist angefangen hat das ja damals 2001 mit dem airjordan 11 im cool grey colorway 2002 kam dann der neuner raus das erste mal mit nur genauso wie der hier dann ging es weiter 2004 da kam dieser airjordan 4 raus gefolgt 2007 von dem 3er jordan und dann war es lange zeit ruhig um die cool grey farbpalette 2017 haben wir dann noch mal den achter bekommen und letztes jahr kann dann der elfer low noch mal raus und jetzt haben wir wie gesagt den vierer noch mal ich bin direkt noch vorweg sagen direkt sehr begeistert von der verarbeitung vom schuh weil viele haben ja gesagt ja ich muss erst mal gucken ob der so gut verarbeitet ist und nicht so wie die wie die letzten drops aber das ding ist echt eine maschine also wir haben auf dem ganzen upper das nubuk leder das ist echt butterweich fühlt sich richtig richtig gut an komplett grau also im cool grey colorway wir haben so einige akzente wie hier solche dass die zwei schriftzug in gelb oder hier auf der außensohle den jump man und hier noch den bereich in gelb sowie hier auf der inneren seite der zunge noch mal den airjordan schriftzug in gelb richtig cool finde ich hier den jump man das ist zwar aus kunststoff aber in seiner chrome optik und das sieht halt richtig gut aus ist auch richtig gut verarbeitet top einfach diese teile sind ja auch noch mal in kunststoff die sind aber so aufbereitet dass sie aussehen als wären sie aus metall wenn man so von weitem guckt sieht auf jeden fall auch nicht gut aus passt dazu ja sonst gibt es dazu eigentlich nicht viel zu sagen wir haben hier noch mal die außensohle in weiß und schwarz mit dem element was durchsichtig ist und ja also ich bin echt begeistert der schuh ist top verarbeitet man sieht keine klebereste gar nichts das leder ist butterweich von mir definitiv eine kaufe empfehlung wenn ihr euch das video jetzt aber anguckt ist der schuh in den meisten shop schon ausverkauft daiki war sofort weg footlocker kam danach und es gibt noch einige größen bei einigen schaus wie bieten zum beispiel es kommt dann unten in die link in die video beschreiben könnt ihr nochmal nachgucken wenn ihr den noch nicht habt auf jeden fall toppen ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal peace out